So Leute, man hört es schon. Ich bin in Herne beim Lotus Veil und ich dachte, ich nehme euch mal mit und zeige euch ein paar Einbrücke, erzähle euch, wie es so ein bisschen liebt. Und ja, ich kann euch schon mal spoilern. Es wird gigantisch. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, ansonsten. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.